Zuwanderer sind im Schnitt jünger als Deutsche, das wissen wir, das weißt du und ich, und sie sind öfter weiblich als männlich. Ja, du hast richtig gehört, sie haben die Statistik so lange gebogen, so lange gebogen, bis dieses Ergebnis herausgekommen ist. Ich habe mich beim Lesen der Überschrift wirklich zu Tode gelacht und habe mich gefragt, wo ist der Pferdefuß? Und ja, ich habe den Pferdefuß gefunden. Ich erkläre dir, warum hier Einwanderer öfter weiblich als männlich sind und wie sie das getrickst haben. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht hier heute um eine Erhebung, die zum Stichtag des Zensus 2022 stattgefunden hat. Also am Tag 15. Mai 2022, das ist der Tag, an dem quasi gezählt wurde. Auf diesem Tag beruhen diese Daten. An diesem Tag, ihr wisst, seitdem sind noch viele, viele weitere in dieses Land gekommen, waren 15,6 Millionen Menschen in Deutschland eingewandert. Von ihnen besaßen zu diesem Zeitpunkt schon 40% die deutsche Staatsangehörigkeit, 60% nur eine andere als die deutsche. Das Geschlechterverhältnis unter diesen 15,6 Millionen Eingewanderten beträgt 49,7% Männer und 50,3% Frauen. 0,3% über der 50 und sie sagen öfter weiblich als männlich. Das ist logisch und syntaktisch zwar korrekt, allerdings habe ich mich gefragt, wie lange haben sie hier diese Statistik gedreht und gebogen, bis man knapp über die 50 gekommen ist. Und ja, es gibt jetzt hier noch 2,5 Millionen Minderjährige, also alle, die unter 19 Jahre alt sind. Und die, die zählt man da nicht dazu. Also, wir haben 15,6 Millionen Zugewanderte und 2,5 Millionen Zugewanderte Minderjährige. In Summe sind wir dann schon bei 18,1 Millionen Zugewanderten Personen oder Menschen. Und diese zweieinhalb Millionen unter 19-Jährigen, also diese Kinder und Jugendlichen und gerade 18 gewordenen Vollwertigen, die gehören da nicht dazu, Geschlechterverhältnis ist gar keins angegeben. Aber sie mussten zweieinhalb Millionen Menschen rausrechnen, bis man 50,3 erreicht hatte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass von diesen unbegleiteten Minderjährigen 80% Männer gekommen sind und nur 20% Frauen, dann ist das ganz anders da. Dann sind die Zuwanderer im Schnitt jünger als Deutsche und öfter männlich als weiblich. Und das ist das, was das subjektive Wahrnehmungsgefühl von dir und von mir ist. Es sind junge Männer, junge alleinstehende Männer im besten Alter. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was auch ankommt in den Unterkünften und was man so tagtäglich sieht. Und die Welt, also Axel Springer, eigentlich konservativ, auf der Seite von Friedrich Merz präsentiert hier diese geframete Umfrage. Einwanderer sind im Schnitt öfter weiblich als männlich. Und sie rechnen dafür zweieinhalb Millionen unter 19-Jährige extra heraus. Das ist wirklich schäbig. Sie haben auch die wichtigsten Herkunftsländer für die Zugewanderten in die Bundesrepublik ausfindig gemacht. 12% sind Polen, 9% sind Türken, 7% sind Russen, 5% jeweils aus Syrien und der Ukraine. Ich vermisse die Afghanen in dieser Auflistung. Aber der Sturz der Taliban, er war erst kurz danach. Aber wir hatten auch vorher schon eine große afghanische Community. Die meisten Eingewanderten auf die Gesamtbevölkerung leben in welcher Stadt in Deutschland? Welche Stadt ist die mit dem höchsten Migrantenanteil? Also die bundesvielfältigste Stadt, wenn ihr so wollt, in diesem Land. Es ist ganz richtig Offenbach bei Frankfurt. Der Anteil liegt bei 43%. Wohlgemerkt immer noch 15. Mai 2022 ist der Erhebungstag. Die meisten stammen auch in Offenbach aus der Türkei, Polen und Rumänien. Es gibt noch weitere Städte, in denen liegt zu diesem Erhebungszeitpunkt der Einwanderer bzw. der Migrantenanteil über 30%. Das ist Pforzheim mit 39%, Heilbronn mit 37%, Frankfurt am Main mit 36% und Ingolstadt mit 33%. Ich bin aber immer noch schockiert, wie sie uns hier framen wollten. Zuwanderer sind öfter weiblich als männlich. Nein, das sind Fake News. Eure 15,6 Millionen Zugewanderten ohne die unter 19-Jährigen, die sind öfter weiblich als männlich. In Summe, alle Zugewanderten sind öfter männlich als weiblich. Und das ist glatt gelogen, das ist geframed. Aber sie arbeiten nach dem Pressekodex und ich bin ja hier nur jemand, der Propaganda verbreitet. Nein, ich habe in Mathe Leistungskurs gehabt bis zum Abitur und ich verstehe, wie man mit der Statistik tricksen und fälschen kann. Und hier war mir sofort klar, wie haben sie das gemacht, dass es mehr Frauen als Männer gibt, wie weit sind sie zurückgegangen und so weiter und so fort. Ach nein, sie haben einfach alle unter 19 mal schnell rausgerechnet. Das ist wirklich schäbig. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Du hast bestimmt nichts anderes erwartet, aber dass sie das auch noch dann andersherum präsentieren wollen. Anstatt, dass man dann einfach sagt, ja die Einwanderer sind im Schnitt öfter männlich und kommt dann halt bei einer anderen Prozentzahl raus. Was wäre so schlimm daran, wenn die Leute einfach die Wahrheit erfahren? Die Leute fühlen ja auch die Wahrheit. Ich bin schockiert. Ich bin wahrlich schockiert, aber das ist Mainstream-Medien, Qualitätspresse, wie sie sich selbst immer nennen. Ich bin immer noch fassungslos, ja. Bei Axel Springer hätte ich es nicht erwartet. Bei der Taz, beim Spiegel kein Problem, aber bei Welt, das enttäuscht mich. Grüße an Robin Alexander, das enttäuscht mich wirklich sehr, dass das hier das durchgeschafft hat. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann bleibst du immer up to date für alle, die gerne Englisch sprechen wollen oder du bleibst einfach aktuell auf dem Laufenden. Damit, ciao, bis bald.